Und zum politischen Tagesgespräch begrüße ich in Straßburg den Fraktionsvorsitzenden der EVP im Europäischen Parlament, Manfred Weber. Hallo. Guten Morgen. Was muss also die passende Antwort sein auf die wachsende Europaskepsis in vielen europäischen Ländern, um einen Dominoeffekt nach dem Brexit zu verhindern? Die wichtigste Antwort, die auch Jean-Claude Juncker morgen in seiner Rede zur State of the Union geben muss, ist, wir müssen in der Sache liefern. Wir dürfen nicht mehr theoretisch diskutieren, wir dürfen nicht mehr streiten, wir müssen in der Sache liefern. Und ich glaube, das müssen sehr praktische Sachen sein. Zum Beispiel, dass die EU-Kommission jetzt gegen Apple vorgeht und deutlich macht, dass wir Steuerdumping in der Europäischen Union nicht dulden, dass es nicht sein kann, dass die Handwerker und Mittelständler für die schwerreichen Internetkonzerne bezahlen und die steuerfrei durchkommen. Das zeigt, dass Europa dann handlungsfähig ist, wenn wir geschlossen sind. Bisher haben ja viele nationale Politiker dazu geneigt, Brüssel für unpopuläre Maßnahmen verantwortlich zu machen. Wird sich das aber in Zukunft ändern? Ja, ich erwarte mir mehr Verantwortlichkeit, mehr zu dem stehen, was man entschieden hat. Wir haben in den letzten zwei Europäern, seitdem die Europäische Kommission im Amt ist, dort, wo die Minister sitzen, wo die Länder sitzen, in der Länderkammer der Europäischen Union, über 140 Entscheidungen gehabt. Und von diesen 140 Entscheidungen hat beispielsweise Frankreich nur einmal dagegen gestimmt. Italien hat immer zugestimmt bei 140 Entscheidungen und die Bundesrepublik Deutschland hat viermal nur dagegen gestimmt. Die Masse der Themen wird einstimmig im Rat entschieden, aber leider Gottes wird auf nationaler Ebene, wenn der Minister dann nach Berlin oder nach Rom oder nach Paris heimkommt, nur über Europa geschimpft. Und das muss beendet werden. Wenn nationale Regierungen in Brüssel etwas beschließen, dann sollen sie sich bitte auch zu Hause hinstellen und es ihren Bürgern erklären, warum es Sinn macht, das in Europa gemeinsam am Weg zu bringen. Ich fordere, endlich Verantwortung zu übernehmen und nicht jeden schwarzen Peter nach Brüssel abzuschieben. Dieser Appell richtet sich dann aber auch nach Deutschland, oder? Absolut, es richtet sich an jede Regierung. Ich war zum Beispiel schon überrascht, als vor wenigen Wochen die Russlandsanktionen verlängert worden sind. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein einstimmiger Abschluss von allen Staaten der Europäischen Union. Ein einziges Land könnte alle Sanktionen stoppen, wenn es das will. Und trotzdem erlebe ich Frank-Walter Steinmeier in Deutschland, der Zweifel daran zieht an der Russland-Politik. Und in Österreich, in Italien, überall wird Zweifel daran gezogen. Und dass die Bürger dann frustriert sind und enttäuscht sind, weil keiner ihrer Außenminister erklärt, warum er in Brüssel für die Sanktionen stimmt, das kann ich nachvollziehen. Deswegen bitte übernehmt endlich Verantwortung. Wie groß ist denn Ihre Sorge nach dem Ausscheiden Großbritanniens vor dem Erstarken der Südstaaten, die zum Beispiel eine Abkehr vom Sparkurs fordern und jetzt mit ganz neuem Selbstbewusstsein auftreten? Für die Frage der Sparpolitik und der Frage, dass wir Reformen in der Europäischen Union brauchen, haben wir einen klaren Grundkurs. Nämlich die Erfahrungen, die wir in der Krise 2008 und 2009 gemacht haben, in der großen Schweren- und Finanzkrise, die müssen auch in den jetzigen Zeiten erhalten bleiben. Das heißt, wir müssen Schluss machen mit der endlosen Verschuldung dieses Kontinents. Das ist Position meiner Fraktion. Und wir müssen die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben in diesen Krisenzeiten, umsetzen. Übrigens wurden die Beschlüsse, die wir zu Griechenland gefasst haben, die wir gefasst haben zu den Programmstaaten, um sie zu zwingen, endlich Schluss zu machen mit den Haushalts-, mit den Schulden, mit den Neuschulden, die wurden ja von den Finanzministern Europas wieder das Thema Verantwortung einstimmig gefasst. Also da saß der italienische Finanzminister dort, der das einstimmig in Brüssel beschließt und Renzi auf der anderen Seite kritisiert jetzt, dass zu viel gespart wird. Und deswegen, wir brauchen mehr Ehrlichkeit in der Diskussion und wir brauchen, wir müssen Kurs halten bei der Euro-Frage. Übrigens zum Brexit nur an einen Hinweis. Die Wirkung des Brexits ist in der Europadebatte positiv, weil die Menschen sehen, in welchem Desaster derzeit London sich befindet. Das Fund ist abgestürzt um über 11 Prozent des Landes intern und in der politischen Debatte und die Regierung ist derzeit bei der Brexit-Frage nicht handlungsfähig. Das sieht man bei Theresa May und bei den Debatten, die wir dort erleben. Und deswegen mag vielleicht in Brüssel nicht immer alles perfekt sein, aber die Menschen wissen, dass die Gemeinschaft Europa für sie am Ende der Tage Sicherheit und Stabilität bedeutet. Am Freitag findet der EU-Gipfel in Bratislava statt. Wenige Tage davor hat nun Luxemburgs Außenminister Asselborn den EU-Ausschluss von Ungarn gefordert, wegen des Umgangs mit Flüchtlingen. Wir können nicht akzeptieren, dass die Grundwerte der Europäischen Union massiv verletzt werden. Das hat er gesagt. Sehen Sie das genauso? Wir müssen uns zusammenraufen in der Frage der Flüchtlingspolitik. Und da war in den letzten Monaten sicher die Frage zu klären, wie wir die Außengrenze schützen. Wir müssen uns auch an der Außengrenze die Regeln so einhalten, dass wir unterscheiden zwischen echten Flüchtlingen aus Syrien, aus Aleppo, die wir aufnehmen müssen, aber Menschen, die eben auch illegal kommen. Und diese Prüfung muss an der Außengrenze durchgeführt werden. Und die Stärkung der Grenzsicherung wurde jetzt in den letzten Wochen umgesetzt. Auch das Frontex-Mandat, unsere Außengrenzenagentur, wurde überarbeitet, um da mehr Kraft dahinter zu setzen. Das war der erste Schritt. Und den haben viele Osteuropäer, unter anderem Viktor Orban, eingefordert. Jetzt ist dieser Schritt gemacht. Wir haben unsere Grenzen wieder stärker unter Kontrolle. Und jetzt muss in Bratislava auch der zweite Schritt gemacht werden. Das heißt, wir brauchen Solidarität in der Europäischen Union. Bei dem Lastentragen bei Flüchtlingen, da kann sich keiner rausnehmen. Und es ist nicht akzeptabel, dass wir in Europa diskutieren, dass wir nur Christen aufnehmen. Flüchtlinge sind Menschen aus Not, egal welche Religion sie haben. Und sie müssen dann auch in Europa fair getragen werden. Es war jetzt aber keine Antwort auf meine Frage, wie es mit Ungarn weitergehen soll. Sollte Ungarn tatsächlich aus der EU ausgeschlossen werden? Viktor Orban hat in den letzten Monaten und Jahren im Land einige Themen angestoßen, die in Europa für Sorgen gesorgt haben. Die Verfassungsreform in Ungarn beispielsweise, der Umgang mit Medien. Und die EU-Kommission damals noch in der Zeit von José Manuel Barroso hat damals Ungarn klare Vorgaben gemacht. Das müsst ihr umsetzen, damit ihr weiter zur Europäischen Union gehört. Und all diese Punkte, das muss man Viktor Orban zugestehen, wurden in der ungarischen Verfassung geändert, wurden umgesetzt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Ungarn jetzt an vorderster Front steht. Was mir am meisten Sorge macht, ist die Entwicklung in Polen. Wir haben dort eine Regierung, die ihr Verfassungsgericht nicht akzeptiert, respektiert, die rechtsstaatliche Prinzipien auf den Briefstand stellt, wo Millionen Polen aus Sorge ums eigene Land, um die Demokratie im Land in Warschau, auf die Straße gehen und demonstrieren. Das heißt, unter rechtsstaatlichen Fragen, was zur Europäischen Gemeinschaft, zur Europäischen Union, zu unserer Wertegemeinschaft gehört, würde ich den Fokus vor allem auf Polen legen. Da erwarte ich von der Regierung Kaczynski, dass sie, von der PiS-Regierung, dass sie die Vorgaben der Kommission genauso umsetzt, wie Viktor Orban das gemacht hat. Vielen Dank, Manfred Weber, für Ihre Einschätzung nach Straßburg. Vielen Dank.